Unter all ausgerechnet Himmler! Dann soll die Armee bekehrt werden! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Dann suchen Sie ihn eben sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verraten! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosem, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen! Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Kapitulieren! Niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rotten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rotten verteidigen! Mein Führer! Ich flehe Sie an! Verlassen Sie Berlin! Mein Führer, bitte! Verlassen Sie uns nicht! Was soll denn aus uns werden? Äh... Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! Der Summerfinist hat die Korrektion in unserem Staaten möglich gemacht! An meiner Passion! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Soll er halt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Was hat er daraus gemacht? Ist... Wie bitte? Fägelein! Fägelein! Fägelein!